Hi Leute und herzlich willkommen zur nächsten Gewinnspielauslosung. Das ist die Gewinnspielauslosung vom 3. Advent. Hier gab es ja zweimal Hedger VR zu gewinnen und zweimal Trains VR. Und das Ganze wird über einen Comment Picker ausgelost. Die Leute, die jetzt hier gewinnen, müssen mir eine Nachricht schreiben über den Discord. Die APEC Discord steht hier unten in der Beschreibung. Kommt uns da einfach mal besuchen. Also da könnt ihr mich erreichen. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht in der Kanal-Info. Auf meinem Kanal. Also da könnt ihr mich auch gerne dann anschreiben, wenn ihr gewonnen habt. Ja, das wäre es eigentlich so zum Prozedere. Wie ihr seht, ich habe endlich eine Weihnachtsmütze an. Sollte eigentlich ein bisschen früher kommen, aber ja, momentan ist es problematisch, wenn man irgendwas bestellt. Von daher hat es ein bisschen länger gedauert. Aber besser spät als nie. Und die hat auch ein lustiges Gimmick. Man kann hier den Bommel leuchten lassen über den Knopf finden. Finde ich ganz witzig. Fast zu Weihnachten. Ich würde sagen, wir kommen einfach jetzt mal direkt zur Gewinnspielauslosung. Als erstes werden wir Headshot VR auslosen. Das war ja der Teil 1. Und da gibt es glaube ich 10 Leute, die gewinnen können. Außer die Cruella. Die hat halt kommentiert, aber möchte das Spiel nicht gewinnen, weil Multiplayer für sie nichts ist. Oder Shooter auch nichts. Ansonsten sind alle dabei. Also wenn ich die Cruella ziehe, werde ich dann erstmal nochmal neu ziehen. Das dazu. Dann haben wir auch noch Brains VR. Und da können jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute gewinnen. Wichtig war, dass alle Leute auch im Text geschrieben haben, ich möchte gewinnen, ich würde das Spiel gerne gewinnen oder sowas. Auf jeden Fall sollte es drin stehen. Und das war halt wichtig. Ansonsten machen die Leute halt nicht mit. Und ja, das war es eigentlich. Dann nehmen wir uns mal den ersten Link. Und das ist jetzt Headshot VR. Ich glaube, ich hatte den eben schon hier reingeladen. Aber machen wir nochmal. Genau, der erkennt jetzt hier 10 Gewinner. Ja, wir müssen die Cruella wegziehen, dann sind es halt 9. Und ja, machen wir einfach mal. Los geht's und viel Glück an alle. So, der erste Key von Headshot VR geht an 0 Pointer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und er hat geschrieben, hey, ich möchte natürlich auch gerne gewinnen. Ich finde es klasse, dass du die Gewinnspiele machst. Einen frohen dritten Advent. Ja, erstmal Dankeschön fürs Mitmachen. Und ja, du weißt ja sowieso, wie du mich erreichst. Du bist ja schon im Discord. Von daher brauchen wir da jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ziehen wir den zweiten Gewinner für Headshot VR. Und wenn ich jetzt nochmal 0 Pointer ziehe, dann werde ich natürlich nochmal auslosen. Wäre natürlich blöd, wenn es jetzt passiert. Aber ich hoffe nicht. Bring mal los. Und der zweite Key geht an. Finny, ja, Finny hat geschrieben, das Spiel sieht nett aus. Das würde ich nehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Finny. Ich habe mir schon gedacht, dass du auf jeden Fall hier wieder mindestens ein Key abräumst. Und ja, das hast du jetzt geschafft. Und ja, du weißt ja auch, wie du mich erreichst. Von daher können wir uns hier schon den nächsten Link nehmen von Twainz VR. So. Dann hängen wir den mal hier rein. Hier erkennt er jetzt 8. Warum 8, weiß ich nicht ganz genau. Weil es eigentlich nur 7 war. Aber gut. Duplicate User sind rausgenommen. So, Twainz VR, erster Key geht an. Na komm. Tobias Kellermann. Ich möchte gewinnen. Was mir gefällt, einfach alles. Mach weiter so. Ganz großes Like. Ja, danke schön, Tobias. Und herzlichen Glückwunsch für den Key von Twainz VR. Ja, auch für dich. Nimm mit mir Kontakt auf im VR-Pack-Discord oder per E-Mail. Dann schicke ich dir den Key. Okay, dann der letzte Key. Geht an. Jörg M. Ich möchte gewinnen. Mir haben deine The Forest Videos oder Video mit der Niki sehr gut gefallen. Ja, da wird es eventuell auch nächstes Jahr wieder was von geben. Das ist schon ein bisschen in Planung. Aber die Zeit ist halt immer so eine Sache. Aber es haben schon mehrere Leute nach The Forest gefragt. Das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Hat mir auch tierisch Spaß gemacht mit der Niki da im Wald herumzulaufen. Und ab und zu nicht, weil es auch ein bisschen creepy ist, wenn es nackt wird. Aber das Spiel ist echt genial in VR. Und ja, herzlichen Glückwunsch Jörg. Du weißt ja auch, wie du mich erreichst. Und dann erstmal noch ein schönes Wochenende. Und viel Spaß mit dem Gewinn. Alle anderen Leute. Es gibt morgen wieder ein Gewinnspiel. Da kommen wieder Videos raus. Da werde ich glaube ich zwei oder drei Spiele verlosen. Ich muss mal schauen, wie viele Keys noch da sind. Aber guckt auf jeden Fall morgen nochmal rein. Da gibt es dann wieder ein Gewinnspiel. Ja, ich danke erstmal fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.